Ho, 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 da ist wieder euer Newsmännchen-Doh. Liebe Freunde, man kann es nicht glauben, aber es ist wahr, es ist schon wieder ein neuer Patch raus und er wird nun endgültig vielleicht unser Gameplay ruinieren und bald gibt es nur noch Pace, 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 Pace und Tiefstehen. Warum? Das gehen wir alles jetzt hier durch. Bleibt also dran, let's go! Also liebe Freunde, schnuppern wir uns das mal hier genauer an. Auf PC ist er bereits raus, heute gekommen an diesem wunderbaren Dienstag, dem 8. Dezember. Er ist bei mir auf PC ungefähr 1,18 GB groß und das bringt er mit sich. Okay, wir schauen mal rein, denn es gibt gleich wieder einiges zu diskutieren rund um das Gameplay. Gameplay gibt es nämlich folgende Veränderung. Wir haben das Tempo verringert, mit dem sich der Ball bei Vollspannflanke oder flachen Vollspannflanke bewegt. Ihr wisst doch, die L1, R1 und ach, die ganzen EOP-Flanken. Bei mir habe ich nämlich die Trigger umgestellt, deswegen habe ich gerade L1, R1 vertauscht. Nur so nebenbei. Also die OP-Flanke, die ihr ja alle kennt, die wird wohl jetzt auch nicht mehr funktionieren, weil EA hat auch noch weiteres daran geändert. Diese Änderung wirkt sich am stärksten aus, wenn man eine Vollspannflanke oder eine flache Vollspannflanke mit einem Spieler ausführt, der einen Flankenwert von höchstens 75 hat. Das ist wiederum eine Sache, die mich ein bisschen beruhigt, weil eben höher dann doch noch eventuell die Flanken relativ gut funktionieren. Das ist ja auch gar nicht mal so schlecht im Ansatz, weil damit auch Starter-Team oder Starter-Karten oder gewisse Karten eben nicht gut flanken können und höhere oder bessere Spieler mit Flanken können dann mehr. Was ich gut finde. Trotzdem, wir wissen jetzt nicht, wie das Ganze wieder von Einfluss aufs Gameplay nimmt. Fakt für mich ist, okay, Flanken hat man jetzt komplett ruiniert. Das ist so mein erster Fokus, den ich jetzt hier mal habe. Ist ehrlich gesagt meine Meinung. Dass ich wirklich so denke, okay, alles klar, man hat es jetzt komplett ruiniert, weil ich weiß nicht, ob sich das System wirklich daran hält, höchstens 75. Da bin ich mal gespaltet. Mal sehen, wir müssen es testen. PC-User können gerne heute anfangen und gerne ihren Feedback mal unter die Kommentare schreiben. Je höher der Flankenwert ist, desto weniger macht sich diese Änderung bemerkbar. So. Auch da bleibe ich wieder gespaltet zu dem Thema, hmm, wird es funktionieren oder wird es nicht funktionieren? Wir wissen, der letzte Patch, der kam, der klang sehr, sehr gut. Ja, Autoblocks, Auflockern und so weiter, aber keiner spürt was davon. Niemand hat was wahrgenommen davon. Je, äh, wir haben die Präzision von Volleys reduziert, wenn der Ball mit hohem Tempo beim Schützen ankommt. Ihr wisst doch, dass da so richtig krasse Flanken kommen und dann Volley und dann denkst du dir, der Schuss ist schneller als eine Rakete. Auch da bin ich so ein bisschen gespaltet. Für mich persönlich, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr das anders seht. Für mich persönlich klingt das so, dass man die OP-Flanken, die man in den richtigen Momenten einfach richtig krank schlagen kann, wo die Spieler einfach die heftigsten Volleys draus machen, einfach komplett gekillt hat. So klingt das für mich, muss jetzt nicht sein, aber so kommt das mir so rüber, dass man nun auch diesen Weg, um Tore zu schießen, nicht mehr machen kann. Also bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich sag euch, wenn die EA so weitermacht, dann haben wir bald nur noch die Chance, einfach noch tief zu stehen, ja, Breite 1, Tiefe 1 und einfach nur noch mit 99er Pacern durchrennen. Bald geht gar nichts mehr. So ist mein Gefühl. Wir haben die Schiedsrichter-Logik angepasst, um besser zu beurteilen, wann eine gelbe Karte gezeigt werden sollte. Und da bin ich sehr gespannt, weil das könnte jetzt gut werden, ne, oder wir haben wieder zu viele gelbe Karten. Also da bin ich echt so ein bisschen gespaltet, weil die Schiris sind mir, ehrlich gesagt, viele schreiben jedes Jahr Schiris schlecht, Schiris schlecht. Das hab ich immer nicht so ganz wahrgenommen. Ich denke, hä, Schiris sind doch okay. Ich muss aber sagen, diesem Jahr merke ich es auch richtig. Also so schlecht waren die Schiris wirklich noch nie in dem Spiel. Jetzt hat man die Logik angepasst, was die gelben Karten angeht. Frage, kriegt man jetzt wieder mehr gelb-rote Karten? Kriegt man für jeden Shit eine gelbe Karte? Darf mir jetzt gar nichts mehr faulen in dem Motto? Da bin ich wieder so ein bisschen gespaltet, ne? Der Schiri gibt schlechte Karten. Aber ganz ehrlich, Leute, diese ganzen Spieler, die gefühlt 30 Minuten ingame um deinen 16er Handball spielen, ja, hin und her, hin und her. Wie willst du die dann irgendwann mal stoppen? Irgendwann musst du die mal umratzen. Und dann ist es ein bisschen ein Problem, wenn du dann sofort immer gelbe Karten bekommst, kannst du die nicht mehr umratzen. Das heißt, ergo, du kannst einfach gar nichts mehr machen, außer gewarten, warten. Und wenn du halt viel zu viel wartest, dann hat er irgendwann Platz oder einen Longshot und der ist dann immer drin. Ihr wisst es doch vielleicht, ja? Und da bin ich wieder so ein bisschen gespaltet. Das muss man gucken, wie der Schiri jetzt reagiert. Wir haben die Abfanglogik in Situationen weiter verbessert, indem sich der verteidigende Spieler direkt im Weg des Balles befindet. Ja, wir haben die Abfanglogik in der Situation weiter verbessert. Was bedeutet das? Ja, kann ich jetzt gar nicht mehr schießen oder was? Also, indem sich der verteidigende Spieler direkt im Weg des Balles befindet. Oder fängt man endlich an, das zu verstehen, was ich gerne möchte. Und zwar, dass die CPU weniger hilft und der Spieler, den du auswählst, mehr gepusht wird. Weil ganz ehrlich, ich finde es total doof. Du antizipierst so viele gute Dinge, du machst so viele gute Dinge und dein Spieler ist teilweise schlechter wie die CPU. Deswegen sagt man ja auch in der Grundregel, wähle niemals den Innenverteidiger aus, weil die CPU macht es einfach intelligenter als du selbst. Ja, und das finde ich immer ein bisschen doof. Ich finde es genau umgedreht. Die CPU sollte da gar nicht intelligent sein, sondern der Spieler, den du machst, sollte einfach ein bisschen kranker sein. Der sollte ein bisschen mehr können. Zum Beispiel Körpereinsatz, das ist ja manchmal eine Katastrophe. Da macht die CPU das besser. Autoblocks oder was weiß ich. Ihr könnt es vielleicht nachvollziehen. Vielleicht aber auch nicht. Könnt ihr ja in die Kommentare ja mal schreiben. So, weiter geht's und zwar mit dem weiteren Punkt, diese Änderung zu dem Thema, das wir gerade besprochen haben. Diese Änderung gilt nur für Situationen, in denen der ballführende Spieler den Ball passt. Ja, also in dem Passspiel an sich. Der Gegner passt und du machst da halt eine Arbeit. Also nicht bei Schüssen, nicht bei Schüssen, sondern wenn ein Pass kommt, dass du den besser abfangen kannst. Und das war ja schon im letzten Patch so, keiner hat was gemerkt. Und das hat man jetzt nochmal verbessert. Okay, da bin ich ja mal gespannt, ob man vielleicht jetzt mal davon was merkt. Das könnte übrigens zum Thema Kante richtig eklig werden noch. Wenn das EA weiter pusht, dann wird Kante die größte Maschine auf Erden. Wir haben die Übergangsgeschwindigkeit des Spielers in einer Schussfinte aus dem Sprint verringert, wenn die Spezialbewegung erfolgreich angefordert wurde. Also verlierst du in dem Sinne mal ein bisschen Pace. Vielleicht mal ein guter Ansatz. Ich muss sagen, bei Schusswinden finde ich es in Ordnung. Ich finde, die Pace an sich ist einfach zu brutal. Und es gibt einfach mit Strafe-Drippling, mit agilem Drippling, mit dem normalen L2-Drippling zu viele Möglichkeiten, mit den vielen Skillketten zu viele Möglichkeiten, für viele Spieler einfach den Ball so an deinem 16er rumzupassen. Umgedreht ist natürlich auch, ja, was soll er machen bei den vielen Autoblocks, ne, und dem tiefstehenden Rumgedönsel. Also für mich hat dieses Spiel einfach leider keine Balance. Wir werden demnächst, vielleicht auch erst im nächsten Jahr, ich gucke mal, wie ich es zeitlich schaffe, auch endlich mal nochmal richtig intensiv mit einer Umfrage das Ganze analysieren, wie wir das Gameplay wirklich jetzt finden. Ob wir das feiern oder nicht. Manche werden vielleicht sogar sagen, sie feiern das so, wie es jetzt ist. Dann gibt es noch Problembehebungen. Wir haben die Logik der Animationsauswahl verbessert, wenn mit einem spielergesteuerten Torhüter eine Parade ansetzt. In manchen Situationen bewegte ein Spieler, der einen Pass abfangen wollte, irrtümlicherweise seinen Fuß vom Ball weg. Ha, ja, kein Kommentar. In seltenen Fällen teleportierten Spieler nach einem Vorteil während einer Foulszene außerhalb des Gameplays. Das kenne ich gar nicht, aber okay, cool. Gelegentlich führten Fouls am Rande des Strafraums dazu, dass der Ball an einem scheinbar falschen Ort für den Freistoß bereitgelegt wurde. Zu diesem Thema kommt noch, dass ich sagen möchte, kann hier immer bitte die Ballannahmenanimation ein bisschen verbessern, besonders an der Linie des ganzen Feldes. Wisst ihr, was ich meine? Die Auslinie. Wenn man da versucht, einen Ball abzufangen, egal beim Skill, egal beim Pass, ey, das sind Animationen, kann ich schon Ball nie retten, ne? Kennt ihr das? Ist wirklich so. Der Ingame-Schiedsrichter traf in diesen Szenen zwar die richtige Entscheidung, doch durch die Auflösung der Foul-Animation konnte es so aussehen, als ob das Foul an einem anderen Stelle des Spielfelds stattfand. Ha! Ja, nie. Ist klar. Äh, wir haben die Schiedsrichter-Logik in Situationen verbessert, in denen der letzte Spieler ein taktisches Foul beginnt, oder beging, um eine potenzielle gegnerische Torchance zu verhindern. Das heißt, rote Karten gehen jetzt endlich mal wieder ordentlich. Also, das kann man jetzt feiern, oder nicht? Ich muss sagen, die Logik hat mich aufgeregt, wenn ich im Kontern war und werde umgeratzt und der Gegner kriegt nicht mal eine Verwarnung oder so. Das hat mich schon geärgert. Ich muss aber eine Sache sagen, es hat für mich natürlich auch den Vorteil, weil alle heute nur noch tief stehen und nur noch Pace, 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 dass natürlich so ein taktisches Foul ohne rote Karte natürlich sehr, sehr gut ist. Weil es geht halt hier wirklich gefühlt nur noch um Rennen, 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 Rennen und du hast das Gefühl, deine Innenverteidiger sind unsichtbar und du versuchst irgendwie noch den umzuratzen, ne? Also, bald kannst du wirklich nur noch auf tief stehen und Rennen spielen. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, klar, von der Logik her, vom Realismus her, muss da rot her, brauchen wir uns nicht drüber streiten. In manchen Fällen pfiffen die Schiedsrichter nach körperbetonten Zweikämpfen oder Zweikämpfen im Stand nicht korrekt. Ja, das kennen wir auch saugut, ne? Also, da gab es ja Pfiffe, da denkst du dir, ach, so ein Vogelkollege, das war doch nur normaler Körperkontakt. Chill mal dein Gesicht. Die Hackentrick-Spezialbewegung wurde im Sprint nicht ausgeführt. Wir haben einige Fälle korrigiert, in denen der ballführende Spieler nach minimalem Körperkontakt im Strafraum stolperte. Ha! Davon kann ich euch ein Lied singen. Deswegen bin ich ja mal gespannt, ob das auch wirklich gut umgesetzt wurde, weil, wie gesagt, der letzte Patch klang auch super gut und davon spürt man gefühlt wenig. Einzige, was ich merke vom letzten Patch ist, dass die Bälle wirklich größtenteils bei einem Block, wirklich, also von so einem Autoblock, weiter rausdöpseln, ja? Also, das merke ich schon. Aber im Großen und Ganzen merkt man da nichts. Zum Beispiel hieß es ja, die Entfernung wurde erweitert in puncto Schüssel, dass die Autoblocks nicht mehr so nah funktionieren, sondern weiter weg. Oder halt in dem Sinne, dass man 10 Meter gefühlt immer noch blocken kann. Das zum Beispiel merke ich gar nicht. Wir gucken mal, was es noch so für Punkte gibt. Und zwar, ja, guck mal, hier steht zum Beispiel auch noch, was ich nicht gelesen habe, dies führte gelegentlich zu unnötigen Elfmeterpfiffen. Das kennen wir alle. Also, wenn ihr das nicht kennt, dann spielt ihr das Spiel zu wenig. Das kennen wir, glaube ich, alle zu diesem Punkt, dass das Elfmeter wurde. Und ich habe da einiges schon erlebt. Es gibt noch Problembehebungen bei Food, Leute. Beim Laden einer Squad-Battles-Partie wurde der Bildschirm mit gegnerischem Team gelegentlich zu schnell ausgeblendet. Reden wir hier von PlayStation 5? Nein, Quatsch. Wenn man das in der FIFA-Spielzeit festgelegte persönliche Pack-Limit erreichte, konnte Bonus-Packs aus Squad-Building-Challenge nicht geöffnet werden, ohne das Limit zu ändern oder eine Stunde lang zu ignorieren. Wenn der Kapitän einen Freund in die Koop-Lobby einlud, konnte ein potenzielles Stabilitätsproblem auftreten. Das hatten wir gestern bei der Gamers Academy. Kommt da auch gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Da stream ich immer montags und donnerstags. Und da wurde ich gestern, oder habe ich gestern trainiert, mit Kevin, dem E-Sportler, und er konnte mich nie einladen. Ganz lange wegen diesem Problem. Beim Wechsel zu den Hohl-Dier-Ausrüstung-Abschnitten bei Volta Football wurde in der Benutzeroberfläche nicht immer die korrekte, derzeit ausgewählte Aufgabe angezeigt. Wir haben einige Fälle korrigiert, in denen Spieler keine Spielersuche durchführen konnten. Und mal gucken, was bei Karrieremodus gefixt wurde. Und zwar, wir haben die Benutzeroberfläche der interaktiven Spielsimulation für Elfmeter- und Elfmeterschießen aktualisiert. Beim Spielen mit argentinischen Teams konnte ein Stabilitätsproblem auftreten. In der Spielerkarriere wurden einige Statistiken nicht korrekt aufgezeichnet, wenn man einen Teil der Partie spielte und dann über das Pausenmenü die Option zum Ergebnisspringen auswählte. Und es gibt noch Veränderungen in der Audiografik und Allgemeinbereichen. Die Verbindungsübersicht ist nun standardmäßig auf nur Symbole statt auf ausgestellt. Wir haben mehrere Trikots und Stadien aktualisiert. Da muss man wieder in dem Forum vorbeischnuppern oder ein bisschen googeln oder was auch immer, was für Trikots und was für Stadien das am Ende waren, liebe Freunde. Das kann man so einfach nicht sehen. Das war wieder mein Express-Video dazu, liebe Leute. Das wird der letzte Patch 2020 sein. Ich denke nämlich, so kenne mal EA, die gehen nämlich jetzt demnächst, also die Mitarbeiter sind immer aktiv, wenn Serverprobleme sind. Aber die gehen auch offiziell irgendwie in so eine Weihnachtspause. Deswegen, das hatten wir vor zwei Jahren schon, wir haben einen Patch vor Weihnachten rausgeballert, wo der Karriermodus kaputt war. Du konntest keine Speicherung mehr starten, kennt ihr vielleicht noch. Und haben das dann einfach erst Mitte Januar wieder gepatcht. Ende Januar vielleicht sogar erst. Oder war das sogar erst Februar? Es war auf jeden Fall lange, weil man eben selbst mal in der Pause war. Und deswegen müssen wir mal gucken, wie es jetzt sich anfühlt. Das wird, denke ich, unser Gameplay über die Weihnachtszeit werden. Vermute ich mal sehr intensiv. Und ihr könnt jetzt mal euer Feedback drunter ballern, wie ihr das Ganze seht. Wie euer Eindruck ist, dass das Gameplay nicht unsere größte Freude ist und so weiter. Das weiß ich bereits. Dazu machen wir noch ein Extra-Video und werden das mal in aller Ruhe nochmal beschnacken, um auch EA nochmal ein Feedback zu geben. Weil meiner Meinung nach geht's so auch nicht mehr weiter. Also, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Dit wär wunderbar. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Und Leute, ohne Witz, es sind gefühlt noch zweieinhalb Monate. Dann geht's schon wieder mit der FIFA Pre-Season los. Also, mit FIFA 22, mit den ersten Thematiken, Gerüchte und so Sachen wie zum Beispiel, was wir uns für Verbesserungswünsche rausknadern. Also, geht das schon wieder bald los. Also, es geht so schnell irgendwie, ne? Ist ja verrückt. Ja, gefühlt ist gleich schon wieder FIFA 22 raus. Haha. So, dann verabhiel ich mich jetzt. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Habt eine schöne Weihnachtszeit. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos.